Hallo liebe Leute, ich bin der Abi und ich mache ein Animations-Kurzfilm. Hier auf meinem Kanal siehst du schon ein paar kleinere Projekte, die ich verwirklicht habe, aber ich habe jetzt richtig Bock auf etwas Größeres. Und zwar habe ich mir vorgenommen, einen Animations-Kurzfilm zu machen. Das hier ist ein Ankündigungsvideo für ein Projekt, wo du mitgestalten kannst. Worum es geht, wirst du herausfinden und zwar in den kommenden Videos. Wenn das dein Interesse geweckt hat, dann lass doch jetzt ein Like und ein Abo da, um das nächste Video nicht zu verpassen und aktiv in dieser Geschichte mitzuwirken. Danke für dein Interesse, euer Abi. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.